Herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video und ja, Leute, das ist das letzte Video. Ja Leute, ähm, diesen Videokanal hat mir gut gefallen, also bei FIFA zu handeln, also bei FIFA. Ich hab Fußball, also ich hab Fußball-Challenge gemacht und ich hab Fußball-Challenge gemacht draußen und zu Hause zwei oder drei Stück. Und, ähm, ja, und noch, hab noch FIFA gegamed und noch, also hab Fußball-Challenge gemacht, Essen-Challenge, zum Beispiel, ähm, Center Shocks und, ähm, und ja, und noch, und noch Aus-n-Air für Schilets, Lachs, also Challenge, Fußball-Challenge, also Fußball-Challenge, Essen-Challenge. Und, ähm, ja, und dann hab ich noch FIFA-Karriere gemacht mit Juventus Turin, also Pirlo und der Calcio. Und, ja, ja, irgendwie, wie viele Szenen oder so, weiß ich nicht, und, ja, und dann hab ich noch NHL, hab ich noch, hab ich gekauft, war auch, das ist auch ein gutes Spiel, ich zeig euch. Das ist das NHL. Mit erst, auch Aced Matthew, NHL 20, Leute, ich bin sehr geil. Also hat nur 59 Franken gekostet, eigentlich hat er 79 Franken, einer hat 80 Franken, aber 79 Franken. Aha, dieses ist ein sehr, sehr einleiste Spiel, Leute, und ihr müsst das unbedingt spielen, Leute, on, 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 nuh, nuh, on, as noves. also das ist so geil ich hab ich kann nicht mehr ich weiß nicht was das heißt aber es heißt so als die serie so cool leute wir können wir können vier spieler wir können drei spieler suchen und dann einer anderen sind wir ein spieler und so geil und ein toter drei spieler sind vier ja das ist so geil leute und ja leute wir kommen jetzt in den neuen jahr und leute in diesem zand und diesen 2020 versen diesem video und wir fangen erst an ja weiß ich nicht aber in diesem video machen wir erst pause und ja leute auf das video gefallen leute also hoffentlich hat hoffentlich hat ihr das gefallen diesen videos dem fußball challenge essen challenge also FIFA Karriermode und NHL also NHL ist nicht so lange nur zwei videos aber leute es ist auch mega viel leute und ja leute und das war's mit diesem video und ich mache immer noch aber es wird zeit zum pause machen weil es bringt gar nicht wenn ich immer videos mache und ja und ja leute ich möchte auch gerne ich möchte auch gerne videos machen aber ein oder anderen geht es nicht ein oder anderen geht es nicht leute weil und darum ja leute das war's mit diesem video leute ich hoffe euch das Video gefallen leute und wir sehen uns weiß ich nicht wenn das neue video kommt aber es kommt ein video aber ich weiß nicht wenn es kommt video leute und vergesst nicht vergesst nicht die glocke aktivieren liken also liken nicht vergesst die glocke aktivieren folgt mal